Good evening from Jackson und hier sind wir in einem kleinen Lokal, das wir gerade am aufbauen sind. Ein Nudelstand zusammen mit ein paar anderen Sachen. So, schauen wir mal, was wir anbieten wollen. Das ist Fleischbällchen mit Schweinefleisch in den Nudeln drin. So sieht es nur in einer richtigen Nudelsuppe dann mal aus. Und dann haben wir natürlich diese verschiedenen Varianten von Nudeln. Und dazu wollen wir Nachttisch anbieten und Pfundfrüchten aus unserem Garten gefertigt. Dann wollen wir Steaks anbieten und diese Steaks wollen wir auf diesem Kreuzkohlengrill machen, zusammen mit Würsten auch. Weiterhin werden wir Nuggets anbieten und auch Kühnchen anbieten. Natürlich braucht es einen Laden auch Sicherung und dann haben wir einen Wachhund hier, der auf die ganzen Sachen aufpasst. So am Anfang wissen wir niemals, ob wir wirklich was hinhauen können. Versuchen wir mal das Beste daraus zu machen und hopfen wir mal, dass wir Erfolg haben. Und dann können wir mal das Beste daraus machen.